so liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu life bei fifa 23 auf der playstation 5 schön dass ihr wieder am stadt seid und wir machen weiter mit unserer baukarriere und wir treffen heute auswärts auf mallorca die heim daheim ist das eigentlich sein oder nicht da wollte ich ja heimspiel war gegen mallorca nachdem 2 zu 0 gegen elke elche gibt es heute weiter gegen mal und dann geht's nach geht dafür nico williams roma 40 millionen ich muss ich das angebot annehmen es tut mir gerade extrem weh aber ich muss das angebot leider annehmen es ist ein angebot das über 10 millionen markt liegt dass es geht leider nicht anders es tut mir gerade extrem weh dass ich diesen spieler abgeben muss ja es ist ja gut ist es nicht nur wenn es erst nicht mal stamm spieler daher tut es tatsächlich doch nicht so wie ich das gedacht hätte aber das ist okay es tut mir leider jetzt dass ich ein spiel jungen spieler jetzt geben wollen wir lassen muss aber wir werden den nächsten jungen das nächste jungen talent holen versprochen hallo aus dem ist die zuschauer wetter ist sehr gut und wir freuen uns dass sie sich dieses spiel heute nicht entgehen lassen wolf fuß und frank buschmann sind heute wie üblich ihre kommentatoren und heute freuen wir uns haben drei punkte auf dem konto die erwartung erfüllt würde ich sagen das war eher aus der rubrik wir sehen eingeblendet die aufstellung von bilbao sie wären heute das 442 mit braute das heißt genau da im mittelfeld wollen sie viele akzente setzen wollen viele schnelle vorstöße einleiten und hoffen die abwehr so beginnen die gäste heute sie spielen heute ein 5 4 1 und da ist die ausrichtung klar geballte defensive hin und rein stellen torverhinderung ist angesagt das ist jetzt erweiterte spitze sparen oder ist es genau das war in den letzten jahren immer wieder die frage die spitze der spanischen liga die ist nichts aber dahinter ist für mannschaft wie bilbao eine menge drin so legen wir los wir wollen den perfekten start wir wollen nach dem 2 0 bei welche heute auch den ersten einsieg holen und mallorca ist hoffentlich ein gegner den wir ja den wir dann hoffentlich an die wieder eine zu niederlage bringen wir gucken wie was wir es machen und jetzt da haben wir verdrehen da ich wie gesagt auf der neuen konsole spiele muss ich mich auch ein bisschen rein fuchsen oder 1 zu 0 für mallorca doppelpfosten rein ins glück 1 0 so viel zum thema war zu die gäste für aber schön aber abgefällt ja ja der war noch böse böse abgewählt und wenn er wahrscheinlich hatte der hat den schönen abgefälscht dann dann springt er hinten dann in den posten und rein ins glück hat nicht das so ganz ab als euer eigentor gewertet wird aber wir waren überhaupt nicht wach oder ich war nicht wach der moriki war zweites saison tor für ihn für den top der jäger mallorca mallorca und nach sechs minuten laufend hinterher zu viel zum thema sie nimmst du mal eben somit nicht wo die ein paar fragezeichen die vor uns ok kommt überhaupt nicht in den zweikampf schön der muss jetzt ein bisschen aufpassen dadurch kommt kommt aber auch über der auswahl wenn sie doch nein der angriff damit beendet vielleicht mal irgendwas jetzt mallorca baut jetzt wieder auf murikide torschütze und jetzt hat er den ball noch da wegkriegt jetzt wird gefährlich groß zitter 1 1 1 17 spiel minute 1 zu 1 williams gurus etter langer ausgleich jetzt muss ich gerade gucken weil da irgendwas war mit auswechslung und so wurde ja ihn ist angeschlagen sind wenn wir jetzt leider rausnehmen müssen ja williams würde ich jetzt umgeheben ist wir werden ja da den wechsel ziehen der angeschlagene morcello wird jetzt gleich kommen und regis der hat schon auf und da muss man aufpassen wo der ja ja der ist wie gesagt angeschlagen der wird natürlich jetzt wird natürlich jetzt und dann ist es wieder groß wird da jetzt vielleicht auch noch die chance auch noch 2 2 1 schon reikowitschneid so 23 der wechsel muss kommen weil von dem angeschlagen ist und dann ist das job macht sie ja der wahrscheinlich jetzt einwechseln wird die ecke kommt ein welches wird so für 40 fast 41 will uns hier oben wechseln deswegen der wahrscheinlich auch da nicht mehr so lange im kader sein aber das muss ich halt ein nehm zu sagen wo das ist über zehn millionen mal über marktwert wieder glück mallorca wieder dran sind der nächste versuch mit gehen ja bei dem team haben wir so grüßen wie samuel eto zum beispiel gespielt der hat auch hier mal auf mallorca gespielt wir haben damals 2001 2002 also das jahr nach dieser herzschlagmeisterschaft in vater mit einer rube mit mallorca gespielt und haben damals zu hause durch dieses die tod durch die tor tor mit als 021 verloren da war noch gar nicht bei der kurs mit drin und waren da noch eine gruppe und ich glaube wenn das so weitergeht dann werden sie irgendwann ihre chancen auch nutzen und dann sehen wir hier gleich den führungstreffer das kommt jetzt gerade nicht so glaube ich was also glaube ich was oder die kurs mallorca und ja sie durchaus vielversprechend aus ich komme gar nicht die kultur ich weiß ja also gewesen schönes ding also wir sind jetzt so ein bisschen drin in der partie der torschütze abseits eine minute gibt es oben auch und sanjet der kann sich mit einem 0 durchsetzen mit einem zug durchsetzen ja es ist das wieder hat der kiefer die fans hoffen auf die führung ecke oja aber nix kommt die ecke aber nichts gefährliches so jetzt raus aus dem abseite die rede kann doch laufen lassen nach einer kurzen unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter so na gut 1 zu 1 jedenfalls der zwischenstand im heimspiel gegen erste de mallorca mit einem verweck mit einem wechsel hoffentlich fällt mutig eigentlich lange frau es musste leider angeschlagener gut 20 minuten vom feld aber wir sind dran an der partie also besteht und der ganz gute mal davon auf jacke so ein paar wieder reiko wird der guter verhindert august zieht soll ja das ist hier dieser ludwig aus dem mann wer da gespielt hat der ausgeliehen ist ausgeliehen verkauft wurde von zu ja der war damals noch zu ihr gewechselt das weiß ich noch aus meiner sicht kann das war ein ganz großer werden hat eigentlich alles was du für eine erfolgreiche karriere brauchst so freistoß auswärts gegen den fc getafe ja wir wollen natürlich jetzt diesen zweiten sieg in folge holen die reihe aber nicht jetzt gerade so zwingend genug also sagen wir sind dran aber wir haben jetzt nichts dramatisches was die halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei ja jetzt ist viel zu wenig und das hängt ja mallorca liebe der nächsten chance hier natürlich ist das ein ritt auf der repräsierklinge natürlich ist das dreht auf der rasierklinge da ist klar aber aufgepasst gut aufgepasst diesen vorstoß auf geöffnet und seinerzeit sind wir zum vorstoß gesetzt das gibt nichts aber und abflug nicht wirklich william doch nichts wirklich dramatisch oh ja sei mal gut gemacht da auch wieder nichts dazwischen mafio die lücke ist da vielleicht jetzt mal machen das war ja nicht sollte ich nicht da wollte nämlich schon noch unser sollte nach außen gehen der ball die flacke 21 spiel geht 78 70 79 minute jetzt passt das doch mal endlich das ist nochmal die entstehung dieses tores das ist die flanke und dann guckt der kopf mal technisch wunderbar gemacht soja mal williams 21 beide stürmer treffen auch williams jetzt mit dem zweiten saison tor war das die entscheidung möglich ist es ist nicht mehr viel zeit um hier zurückzukommen ja das ist bitte doch willst du doch williams und schrecklich verhindert vermutlich vermutlich die entscheidung vielleicht bringt das auch nach vorne noch mal neun schmuck ne kommt nicht mit gehen aufpassen hier fünf minuten also der verhinderte verliert den ball und das kann richtig böse hätten weil er fehlt jetzt natürlich da hinten und die da so ein ding schön zweimal ausspielen lassen die sieben so kippe also vor die jetzt mit der vorne drinnen das war ganz ganz wichtig und der war lange lange war aber da steht da noch einer hin da steht der augustin so noch hinten und vorbei mit viel viel dusel noch am ende diese drei punkte das war gut was er heute angeboten hat das starke spiel hat sich heute wirklich ein großes lob verdient sieg tor gemacht aber das war ja lange nicht alles gab auch sonst noch viele gute aktionen die aufgabe mallorca dann doch vielleicht ein bisschen glück aber haben soll ich das ist das war wichtig so aber die wildstecke war gut okay weil die genesung auf jeden fall ich hoffe dass meine stimme heute übertragen wird ja wir haben durchaus entscheiden müssen ja wenn dann plötzlich die ganz großen kommen real und spaß und so da wird wieder hänge gut wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es weiter mit dem duell beim fc hit getafe gut 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 Untertitelung. BR 2018